Hi, Patrick hier vom Digitalen Weiterbildungsinstitut und in dem Video sprechen wir über den Meisterbonus. Der Meisterbonus ist eine zusätzliche Prämie neben dem Aufstiegs-BAföG und dem KfW-Darlin, was du als Teilnehmer auch für den Fachwirt oder auch für den Betriebswirt beantragen kannst und bekommst, wenn du praktisch die Weiterbildung erfolgreich bestanden hast. Das heißt, bis zu 4.000 Euro Prämie sind hier je nach Bundesland möglich. Und alles Wichtige zu dem Meisterbonus, der für Fach- und Betriebswirt auch gilt, erfährst du in dem Video. Also ganz zuerst muss man mal sagen, jedes Bundesland in Deutschland hat hier unterschiedliche Prämien, die sie ihren Absolventen bezahlen. Nicht jedes Bundesland macht es. Aus dem Grund findest du unterhalb von dem Video einen Blogartikel. In unserem Blogartikel haben wir auch für jedes Bundesland nochmal dann Seiten verlinkt, wo du ganz genau nachlesen kannst, wie hoch die Prämie ist in deinem Bundesland. Das heißt, es gibt Bundesländer, die zahlen leider gar keine Prämie und es gibt Bundesländer, die zahlen eine Prämie von 1.000 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro oder sogar 4.000 Euro, wenn du deine Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen hast. Du musst ganz arg wissen, es gibt praktisch einmal diese Meisterförderungen für die Handwerkskammer und die Meisterförderung für Industrieberufe, also IHK-Abschlüsse. Da zählt zum Beispiel der Industriemeister dazu, der Wirtschaftsfachwirt, der technische Fachwirt, aber auch der technische Betriebswirt. Und da musst du halt ganz genau wissen, wie die einzelnen Regulierungen oder Regeln in dem Bundesland sind. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Weiterbildung zum Fachwirt oder Betriebswirt machst, dann kann es durchaus sein, dass du einmal Aufstiegs-BAföG beantragen kannst, KfW-Darlehen beantragen kannst und dann zusätzlich bei bestandener Prüfung nochmal zwischen 1.000 und 4.000 Euro Prämie bekommst. Das heißt, für dich ist die Weiterbildung dann mehr oder weniger kostenlos. Du kriegst sogar nochmal ein Plus mit oben raus. Und wie genau das jetzt auch funktioniert, das möchte ich dir jetzt nochmal ganz genau im Detail erklären. Es gibt ja das Aufstiegs-BAföG und das KfW-Darlehen. Das erkläre ich dir jetzt nochmal. Und dann nochmal mit dem Meisterbonus. Ja, und warum auch der Staat das Ganze macht. Der Staat profitiert ja davon, wenn die Bürger sich weiterbilden. Ja, weil wieso profitiert der Staat davon? Ganz klar, es gibt einen Fachkräftemangel. Deshalb fördert der sowas. Ja, wir haben ja einen demografischen Wandel. Es gibt immer weniger Leute, die arbeiten und Renteneintritt. Ja, das heißt, die Leute sollen auch arbeiten. Die sollen produktiv arbeiten. Der Staat wird dadurch ja auch entlastet. Das heißt, weil die Arbeitnehmer verdienen dann ja auch mehr Gehalt. Sie zahlen mehr in Renten und Sozialversicherung ein. Und belasten natürlich auch den Staatshaushalt nicht so stark. Und aus dem Grund fördert der Staat auch Weiterbildungen, weil er profitiert langfristig dadurch auch. Wenn du praktisch mehr Wissen hast, kannst du mehr Verantwortung übernehmen und verdienst dadurch auch mehr Gehalt. Das ist langfristig, ja. Aber natürlich, um hier Anreize zu schaffen, sagt der Staat einfach, hey, wir fördern das Ganze. Und das Coole ist, wenn du halt einen zertifizierten Bildungsträger hast, der halt auch die Anforderungen für das Aufstiegs-BAföG erfüllt, ja, das sind wir, dann hast du die Möglichkeit, die Kursgebühren bei uns auf einmal zu investieren oder halt ganz normal auf Raten. Aber du kriegst praktisch 100% der kompletten Kursgebühren zurück. Ja, das heißt einmal 50% Aufstiegs-BAföG, 50% KfW-Darlehen. Also wenn du beide Teile in Anspruch nimmst, bekommst du 100% der Kursgebühren zurück. Das Besondere an diesen KfW-Darlehen ist, dass wenn du irgendwann mal deine Weiterbildung erfolgreich bestanden hast, dass dir von dem Darlehen die Hälfte erlassen wird. Das heißt zweimal 50% Aufstiegs-BAföG, KfW-Darlehen. Wenn du dann die Weiterbildung erfolgreich bestanden hast, wird dir das Darlehen zur Hälfte erlassen und du hast dann einen eigenen Anteil von 25%. Aber wenn du jetzt noch in deinem Bundesland eine Prämie von 4.000 Euro bekommst, kommst du mit einem Plus raus. Und das ist halt der Anreiz, den der Staat schaffen will, dass du dich weiterbildest, dass du halt auch damit aufs Bachelor- oder Masterniveau aufsteigen willst, nach dem deutschen Qualifikationsrahmen. Und er profitiert natürlich auch davon. Deshalb, wenn du dich jetzt mehr darüber interessieren und erfahren willst, ob in deinem Bundesland eine Prämie gezahlt wird und wenn ja, wie hoch diese Prämie auch ist, dann findest du unterhalb von dem Video die Artikel von uns, den Blogartikel, wo du natürlich auf die entsprechenden Seiten von deinem Bundesland dann auch verwiesen wirst. Ganz wichtig ist zu sagen, das Aufstiegs-BAföG und das KfW-Darlehen, das ist bundesweit einheitlich, das kriegt jeder, also du kannst 75% fördern lassen. Der Meisterbonus ist halt nochmal was anderes, eine zusätzliche Prämie, die dann vom jeweiligen Bundesland in entsprechender Höhe bezahlt wird. Bayern zum Beispiel hat diesen Bonus jetzt auf 3.000 Euro angehoben. Manche Bundesländer machen da 1.000 oder 2.000 Euro draus. Du musst halt wissen, dass du unterscheiden musst zwischen Handwerk und Industrie- und Handelskammer. Aber die Fachwirte und Betriebswirte, die wir auch anbieten, sind ja IHK-Abschlüsse. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du hast es damit ein paar Learnings. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao.